Vom Netzwerk CRISTA habe ich natürlich erfahren durch die sozialen Medien. Dadurch, dass ich selber in diesem Bereich tätig bin, interessiere ich mich ganz besonders für juristisch fundierte, hochqualitative Studien, respektive Kommentare, Beiträge und ich habe sofort gemerkt, dass vom Netzwerk CRISTA durchwegs sehr wertvolle Kommentierungen und Arbeiten verfügbar waren zu allen möglichen Themen im Zusammenhang mit Corona. Während der Corona-Zeit war es so, dass ich mich gewundert habe darüber, wie wenig Widerspruch aus der Praxis der Justiz kam und dann fängt man ja an zu suchen und recherchiert sowohl im Internet als auch über persönliche Kontakte und auf diese Weise bin ich auch dann auf Teilnehmer dieses Netzwerkes gestoßen, die wiederum mich darauf hingewiesen haben, dass es eben jetzt auch eine Website gibt, wo also Beiträge online gestellt werden. Ja und die habe ich dann zum Teil eben auch verfolgt und gelesen und daher kenne ich CRISTA. Aus meiner Sicht liefert CRISTA die beste juristische Arbeit als Organisation. Da kommen ja doch fast schon wöchentlich sehr gute Analysen. Wir hatten jetzt gerade zuletzt vor ein paar Tagen eine hervorragende Zusammenfassung der WHO-Thematik verfasst von Frau Laura Kölsch. Kann ich jedem nur empfehlen. Das ist die beste Analyse und Zusammenfassung dieser zwei Vertragswerke. Es gibt weitere hervorragende Arbeiten. Ich persönlich werde weiterhin die Homepage natürlich verfolgen und bin sehr dankbar für diese Beiträge. Ich kann es letztlich nicht beurteilen. Ich sehe halt immer wieder mal die Texte, die online gestellt werden. Die finde ich qualitativ sehr gut. Was jetzt CRISTA als Organisation angeht, damit bin ich nicht vertraut. Da kann ich eigentlich nicht viel zu sagen.